Hallo, Gregor Kühne hier. Heute unterhalten wir uns über die Sehstörungen. Wenn Sie schlecht sehen können, kann das eine ernsthafte Sehstörung vorliegen. Daher ist der Gang zum Fachmann Ihre erste Pflicht. Es kann aber auch sein, dass Sie sich nicht ausreichend ernähren, in den Augen fällen dann einfach die entscheidenden Vitalstoffe. Und nun mal Hand aufs Herz. Essen Sie immer ausgewogen. Essen Sie viel Obst, Gemüse, dafür wenig Fleisch und überhaupt keine Fertiggerichte. Ich weiss aus meinen Seminaren, wie viele Menschen bei dieser gezielten Nachfrage so in Stottern kommen. Die verschiedenen Bereiche angesprochen werden im nachfolgenden Blog. Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und Umsetzen.